Befreien Sie sich von starren Linien. Gewinnen Sie mit der C-Place SX und Ihren einzigartigen SX-Wechselportalen völlig neue Freiheiten, um flexibel auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können. C-Place SX Bestückautomaten und Linien lassen sich in Bestückleistung und Stellplatzkapazität unabhängig voneinander und ganz nach Bedarf skalieren. Wir nennen das Capacity on Demand. Sie brauchen dauerhaft, saisonal oder ganz kurzfristig mehr Leistung? Dann fügen Sie Ihrer C-Place SX-Linie einfach zusätzliche Portale und Bestückköpfe hinzu und die Leistung steigt auf das gewünschte Niveau. Es soll ganz schnell gehen oder Sie wollen die Leistung einer Linie für saisonale Nachfragespitzen steigern? Dann können Sie C-Place SX-Wechselportale auch zwischen Linien transferieren. Binnen kurzer Zeit verteilen Sie so die Bestückleistung Ihrer Linien neu und gleichen vorübergehende Über- und Unterkapazitäten in Ihrer Fertigung optimal aus. C-Place SX-Linien skalieren Ihre Leistung ganz nach Bedarf und Auftragslage. In vielen Elektronikfertigungen ist nicht die Bestückleistung der begrenzende Faktor, sondern die Stellplatzkapazität für Förderer und Bauteile. Mit der C-Place SX-Plus ist eine Maschinenoption ohne Portale und Bestückköpfe verfügbar. Das bedeutet pure Stellplatzkapazität für Ihre Fertigung. Den zweiten Teil der innovativen Lösung bilden die C-Place SX-Wechselportale. Der Elektronikfertiger transferiert ein Portal aus der bestehenden Linie auf die C-Place SX-Plus und verwandelt diese kostengünstig in eine vollwertige Bestücklösung. Das Ergebnis, die Stellplatzkapazität der Linie ist gestiegen. Die Bestückleistung bleibt gleich. Mit den C-Place SX-Wechselportalen und der Option C-Place SX-Plus lassen sich erstmals Leistung und Stellplatzkapazität unabhängig voneinander skalieren. Capacity on Demand – einzigartige Flexibilität mit C-Place SX und Wechselportalen.